Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 1.11.2015 Und das sieht jetzt irgendwie noch nicht so aus und es fühlt sich noch nicht so an. Wahrscheinlich weil ich müde bin, aber heute soll ein sehr warmer Tag sein. 15 bis 16 Grad haben sie gesagt. Ich hoffe davon kriege ich heute mal vormittag noch was mit. So, ich fange mal an ein bisschen hier einzuräumen und alles hier ist mit einer kleinen feinen Schicht Bohrstaub überdeckt. Manchmal sind die Schichten dicker. Heute gehen wir mal wieder in den Wald. What? Heute gehen wir mal wieder an den Strand. Nicht an den Wald. Ich bin noch nicht ganz wach. So, wir sind wieder zurück. Ich habe nichts mehr aufgenommen am Strand. Ich wusste nicht so recht, was ich erzählen sollte. Die Ostsee war auch langweilig. Das Wasser war total ruhig. Also haben wir mal die Ruhe genossen. Es war auch sehr schön leer, der Strand. Naja, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee und dann weg Mama anrufen. Das ist schließlich Sonntag. Also hier muss ich ja noch meckern, dass hier alles so dreckig hinterlassen haben. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Geht ja so nicht. Nein. Gut, also jetzt erstmal Kaffee, Mama anrufen und dann Stopp. Die lag eben ganz komisch da. Ich glaube, der Abend geht wirklich gut. Schade. Elstern finde ich eigentlich niedlich. Ich glaube, ich müsste hoch und flogen auf den Baum. Ich wollte mich nur verarschen. Ich wollte wahrscheinlich ein warmes Plätzchen haben. Aber ich dachte, ich nehme sie mit. Ich habe ganz vergessen einen tollen Antipode gekauft. Eigentlich. Ich glaube gerade wieder dieses Wort. Schlimm, oder? Ich mag das nicht eigentlich. Eigentlich. Oh. Ich wollte nämlich die Kamera aufstellen, als ich dann geputzt habe, gesaugt habe. Und so einen Antipode machen. Ich denke, das hätte lustig ausgesehen, aber total vergessen. So. Oh ja. Jetzt letzte Runde mit Cookie dann zur Arbeit. Wird sehr kurzes Video, denke ich. Shins. So. ZA-UT. OMG Untertitelung des ZDF, 2020 Videotechnisch war das ein sehr unproduktiver Tag Und das ärgert mich eigentlich Kann sich leider nicht ändern, nicht wirklich Irgendwie war ich heute nicht kreativ Hab wenig Zeit gehabt Weiß ich auch nicht Ich muss eigentlich auch nur ausreden Aber Video ist halt nix Wenn man die ganzen Daily Vlogger sieht Also die, die mir bekannt sind Die haben einen großen Vorteil Die haben den ganzen Tag mehr oder weniger Zeit Sie machen ihr Ding Und dann haben sie halt auch Zeit für ihr Video Aber ich habe halt noch so einen stinknormalen Job Den ich vernünftig ausführen musste Wenn ich meine Cola kriege Aua, sorry Tja Das Sind halt einfach mal 8, 9, 10 Stunden Vom Tag weg Dann hat man halt Im schlimmsten Fall nur noch 14 Stunden Von denen ich mir noch 4 bis 5 Stunden verschlafe Und ich sage bewusst verschlafe Kalte Schlaf für Zeitverschwendung Aber ohne geht halt auch nicht Und dann die paar Stunden Die da noch bleiben Muss man halt auch noch ein paar andere Sachen erledigen Die sich zum Beispiel Um ein kleines Hundchen dazu zu kümmern Wobei das ist halt noch nichts zu machen Naja Was willst du machen? Was ist los? Du bist eine Pflaume Was ist denn los? Hm? Hihihi Ach, ich weiß auch nicht Gut Ich weiß, dass das Zeug für Ich weiß, dass das das für heute war Trotz diesem schrecklichen Video Falls ihr jetzt noch dran sein solltet Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Schaut trotzdem morgen wieder rein Und Ja Bis zum nächsten Video Tschüss 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 Vertraut Der sommer 임 Der sommer 기자 Bis zum nächsten Mal Das ist